Farben und Lacke, Lasuren, Putze, Dichtmassen, Renovier- und Bautenschutzprodukte. In allen diesen Kategorien gehört die Meffert AG zu den führenden Herstellern in Europa. Was sie auszeichnet? Internationale Erfahrung, ein Gespür für innovative Produkte, modernste Produktionstechnik, starke Marken für alle Vertriebskanäle, außergewöhnliche Serviceleistungen und Nachhaltigkeit in allen Geschäftsprozessen. Die Meffert AG ist ein konzernunabhängiges Familienunternehmen. Sie beschäftigt mehr als 1500 Mitarbeiter an über 20 Standorten und ist in mehr als 60 Ländern für herausragende Qualität bekannt. Das Resultat ist langfristiges, nachhaltiges Wachstum. Denn unsere Produktpalette von mehr als 30.000 Artikeln und die dazu passenden Dienstleistungen ermöglichen es die unterschiedlichsten Ansprüche vom Heimwerker im Do-it-yourself-Bereich, über den erfahrenen Profi im Bausektor bis hin zum professionellen Verarbeiter im Malerhandwerk zu 100 Prozent zu erfüllen. Die Basis für hervorragende Produkte wird in unserer übergreifenden Abteilung Forschung und Entwicklung gelegt. Mit modernster Labortechnik entsteht hier Qualität made in Germany. Unsere Experten optimieren das bestehende Sortiment und entwickeln unter Markt-, Trend- und Umweltaspekten Produktneuheiten. Erst nach aufwendigen Testreihen erfolgt die Freigabe für die Produktion. Beste Qualität entsteht nur durch Wissen, Erfahrung und perfekte Technik. An unseren Produktionsstandorten entstehen mit modernsten Produktionsanlagen Farben, Putze, Lacke, Lasuren, Dichtstoffe und Speziallösungen. Unsere flexible Produktionstechnologie ermöglicht es, auch Aufträge mit sehr großem Volumen in perfekter Qualität, termingerecht abzuwickeln. Ständige Qualitätskontrollen und strenge Prozessüberwachung garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität. Mit einer Logistik, die auch den höchsten Ansprüchen genügt. Dazu tragen auch unsere internationalen Standorte bei. Sie garantieren die Nähe zum Kunden, gewährleisten kurze Transportwege und steigern so die Effizienz für unsere Partner. Nicht ohne Grund beliefern wir auch viele Baumarkt- und Großhandelskunden mit eigenen Handelsmarken. Weltweit. Denn die Meffert AG ist Spezialist für Handelsmarken. Die von unseren Marketingstrategen entwickelten Marken werden von der Meffert eigenen Agentur mit Großdruckerei und Fotostudio umgesetzt. Hier entstehen passgenaue Marken und Kommunikationskonzepte. Alles kommt aus einer Hand. Von der Namensentwicklung und Produktgestaltung über komplette Sales Promotions bis hin zur Schulung der Mitarbeiter unserer Kunden. Auch für Profis ist Weiterbildung der Schlüssel zum Erfolg. Im Meffert Seminarprogramm stehen viele Schulungen zu allen wichtigen Bereichen des Berufsalltags zur Auswahl. Beliebt sind besonders unsere Praxisworkshops. Das Wissen über die perfekte Anwendung verschafft unseren Kunden den entscheidenden Vorsprung gegenüber Mitbewerbern. Deshalb ist uns eine umfassende Beratung ein ganz besonderes Anliegen. Das Ziel all unserer Serviceleistungen sind ganz natürlich zufriedene Kunden. Die Meffert AG übernimmt Verantwortung und setzt konsequent auf Nachhaltigkeit. Wir legen besonderen Wert auf den fairen Umgang mit allen Geschäftspartnern und auf ein gutes Betriebsklima. Eine langfristig orientierte Personalentwicklung, die jedem Mitarbeiter persönliche Entfaltung ermöglicht und ihm Sicherheit gibt, ist bei uns selbstverständlich. Gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung lassen neue umweltfreundliche Produkte entstehen, die immer wieder Maßstäbe setzen. Als einer der ersten Farbenhersteller erhielten wir den Blauen Engel für viele unserer Produkte. Zahlreiche unabhängige Gütesiegel belegen zusätzlich die hohe Qualität unseres Angebots. Mit Responsible Care hat sich die Meffert AG bereits 1999 auf Life-Cycle-orientiertes Denken verpflichtet. So entwickelt die Meffert AG täglich neue Ideen für den ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt und nachhaltiges Wirtschaften, für sichere Arbeitsplätze und einen langfristigen Unternehmenserfolg. Internationales Know-how, innovative Produkte, modernste Produktionstechnik, passgenauer Multi-Channel-Vertrieb, außergewöhnliche Serviceleistungen und Nachhaltigkeit in allen Geschäftsprozessen. Zusammen bildet dies das perfekte Fundament für Ihren Markterfolg. Wir stehen für Sie bereit. 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 Wir stehen für Sie bereit